Was? Startnummer 14 Wo ist Thomas denn jetzt? Ja. Im Link auch oder? Einmal so ruckartig gebremst. Ja, der Gastzug ist runter gewesen. Außen deine Linie weg. Und dann... Ich weiß, Start weiß nicht. Weg zur ersten Kurse. Aber dann... Aber geht schon. Und dann muss der Tag sein. Ja. Kein Stress. Ja. 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 Wir sehen, es geht hier und die Justen sind heiß und wacht. Wir sehen uns auf einer Hase, wir machen Kröger jetzt. Wir sehen uns auf einer Hase, wir sehen uns auf einer Hase, wir sehen uns auf einer Hase. Und Mattenkröger schiebt sich innen rein. Alter, was für eine Attacke. Aber Josef Franz ist da vorne mit dem blauen Helm und Mattenkröger in zweiter Position. Aber da hat Mattenkröger die Lücke gesehen und schont sich da von der dritten an die zweite Position. Und jetzt bin ich gespannt, ob da noch vielleicht ein bisschen mehr geht. Josef Franz vorne. Scheint aber auch nicht alle so richtig glatt zu laufen. Mattenkröger jetzt an führender Position. Dahinter Henry van der Steen. Andrew Appleton und Enrico Janoschka im Ruhm. Andrew Appleton krankt nochmal an. Kann Andrew Appleton vielleicht noch auf den zweiten Platz vorschieben? Oder kommt vielleicht sogar noch Enrico Janoschka? Die drei sind da eng zusammen. Vorne Mattenkröger. Mattenkröger profitiert natürlich hier vom Ruhm aus. Und jetzt kommt Andrew Appleton. Andrew Appleton innen vorbei. Ja, was für ein Lauf. Und jetzt vielleicht sind wir mal ein Läger. Das ist ein Läger, aber das ist ein Läger. Ja, das war der Mann. Geiler. Das ist ein Läger, aber das ist ein Läger. Hat es noch Kuchen vorzunehmen, oder? Ja, ja, Tag ist vorzunehmen. Ja, ja, Tag ist vorzunehmen. Für Burka. Für Burka.